So, äh, Leute, äh, Pin, äh, Finn, äh, Pinke, äh, Lemke, äh, Frühjahrsputz ist angesagt. Ich hab die Garage voller als Kohli sein Maul am Frühstücksbuffet. Folgendermaßen, Bam Bam holt den Sprinter, Peke und Häfi entsorgen das Altglas und morgen soll's regnen, deshalb lasst mir den Musche zu Hause. Wenn der feucht wird, ist die Hölle los. Und Arbeitshandschuhe, Uwe, Uwe, Arbeitshandschuhe, sonst habt ihr am Ende solche Schnitte in euren Händen. Da spielt keiner mehr Handball. Gensheimer! Deutschland! Gensheimer! 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 Gensheimer!